Wir kommen zum nächsten Thema. Ein sehr wichtiges Thema, Organik. Organik-Serien auf Jersey oder auf Baumwolle bringen wir immer wieder regelmäßig. Hier ist unsere neueste Serie. Was bedeutet Organik-Biobaumwolle? Der Unterschied ist einfach der, dass beim Anbau der Baumwolle biologisch angebaut wird. Das heißt, es wird das Feld in verschiedenen Etappen angebaut. Mal die eine Frucht, mal die andere Frucht, nicht Monokulturen. Bei der Schädlingsbekämpfung genau das gleiche. Es wird biologisch schädlingsbekämpft und das Ganze ist zertifiziert. Hängt aber an unseren Stoffball dran. Genau, wir haben ein Organik-Label. Dieses Organik-Label hängt mit an den Ballen, an den Coupons. Genau. Auf unserer Laschen habe ich es natürlich auch ein Kennzeichen. Hier bringen wir jetzt leider nur auf CLE, aber nichts zu weniger schön. Bringen wir neue Jerseys her. Genau, und eigentlich ist das ganz schön. Also diese ganzen Savannentiere, die hat man auch in Paris auf den Messen viel gesehen. Das ist jetzt voll der Trend. Und dann nochmal in diesen schönen, knalligen Farben oder auch in den etwas gedeckteren Organik-Farben. Also da seid ihr voll mit dem Thema. Also, no panic is organic. Nein, nein Momentens!